Hast du jemals das Schild draußen gelesen über Alkohol und Schwangerschaft? Taylor, es ist mir egal, wie du dich fühlst, aber ich will nicht, dass du das Baby gefährdest. Also, wie hast du von meiner Schwangerschaft erfahren? Wohl kaum von Peter. Siehst du, genau das kapiere ich nicht. Also, erklär mir, er weiß, dass du schwanger bist und schmeißt dich trotzdem raus. Was für ein Arsch tut sowas? Ich weiß nicht, nur ein Egoist. Und er will dich nicht heiraten? Oder sich wenigstens um das Baby kümmern? Nein. Selbst eine Ratte wie er muss ein gewisses Verantwortungsgefühl haben. Sollte man meinen, was? Ich würde ihm am liebsten die Eier quetschen. Da ist noch was, oder? Was hat Peter noch getan? Es ist nicht Peter. Ehrlich gesagt hat er allen Grund dazu, mich rauszuschmeißen, Karl. Weil es nicht sein Baby ist. Es ist deins. Ja, Tide. 090, 7 und 6 mal die 8. Girls natürlich gebührenfrei. 0800, 7 und 6 mal die 8. 7 und 6 mal die 8. Der heiße Brat. Chatline 090, 91, 92, 93. 090, 4,4,1, 4,4,1. 090, 4,4,1, 4,4,1. 081 für dich. Ich will dich. Noch heute privat bei mir zu Hause treffen. 090, 900, 400. Also, 900, 400. Spaß durch den Draht. Wähle 090, 331, 331, 331, 331, 331. Ruf an! 2 Mark 40, 1 Mark 20, hier nur 81 Pfennig. Für Sofortkontakte mit Frauen aus deiner Stadt 090 444 999. Schnell, spartig, spartig, extra, was? 090 97 97 97. 090 97 97 97. Ach, was? Aus deiner Input, die Power-Woche RTL. Mit neun Folgen von BALCO. Es wird auch Zeit. Um den Ruhrpott und den Rest der Welt vor der Vernichtung zu bewahren. Die Rakette ist auf die Zielgerichtet und das schon. Internationaler Terrorismus, russische Nervengas-Rakete und BALCO rettet die Welt. Kann es nur einen geben. Bin ich schlechter als James Bond? BALCO, die neun Folgen. Jeden Donnerstag, 21.15 Uhr bei RTL. Aus deiner Input, die Power-Woche RTL. In dem Bericht steht, sie wären Brüder. Sie sind ein Neger. Ein Unterschied und tausend Gemeinsamkeiten. Nichts darf den Geldzug aufhalten. Zwei Brüder und ihr schwachsinniger Plan. Wir rauben diesen verdammten Geldzug nicht auf. Wieso nicht? Wir sind Cops. Wom liebt da der Spaß, Frank? Einer für alle. Zwei gegen die Welt. Die werden draufgehen. Ja. Und gegen die U-Bahn. Money Train, die Free-TV-Premiere. Freitag, 20.15 Uhr bei RTL. Ich denke, es ist an der Zeit, über den gestrigen Abend zu reden. Es ist nie passiert. Tut mir leid. Ich bin Augenzeuge. Vieles passiert. Ich will dich aus diesem Bett raushaben und aus der Wohnung. Das ist nicht der Anfang von irgendwas, das ist das Ende. Letzte Nacht habe ich mich nach Sydney gesehnt. Ich war betrunken und traurig und wollte sie zurückhaben. Du wirst nie sein wie Sydney. Niemand ist so wie Sydney. Du wolltest nur einen warmen Körper. Schön, du schnallst es. Dann sag ich's dir jetzt. Zieh doch Leine, Craig. Jennifer, was ist denn hier los? Zug eins von einem sehr langen...